Hi Leute, was geht ab? CryptoMarco hier mal wieder mit einem ganz tollen Video über das Thema Kryptowährungen. Die Währung, bei der dann loyaler Bankberater von nebenan wieder von einem Kauf abgeraten hat, weil er meinte, dass es sinnvoller ist, in Proteinpulver von ESN zu investieren. Blueberry Cheesecake, aber der Bankberater hat diesmal nicht ganz unrecht, denn ich muss bald nachbestellen. Ja, ich lese eure Kommentare, ich freue mich über eure Kommentare. Eine Kryptowährung, die mehrmals nachgefragt wurde, ist Stellar Lumens. Ich werde gerne ein Review über Stellar Lumens machen, weil es so oft nachgefragt wurde. Wenn dir das Video gefällt, lass ein Like da, das würde mich sehr freuen. Ansonsten, wenn du nicht genug von meiner Visage bekommst, dann abonniere meinen Kanal und klick auf den Bimmel-Button unter dem Video, klick auf die Glocke und jedes Mal, wenn ich ein Video hochlade, werde ich dir angezeigt und du bekommst direkt eine Belästigung auf dein Handy und kannst dann sofort liken, kommentieren und mich mit deinen Freunden teilen. Würde mich sehr freuen, wenn du ein Teil der Notification-Gang wirst. Ansonsten kannst du auch gerne kommentieren, wenn du irgendwelche Fragen hast oder Feedback mit deiner Litecoin-Adresse, denn einmal pro Tag vergebe ich Litecoin, das habe ich ja heute bereits gemacht. Um 14.30 Uhr wurde der erste Litecoin vergeben. Jetzt bin ich wieder on track. Ich will nicht Exodus, ja, ich will nicht sagen, es lag an Exodus. Vielleicht weiß ich auch nicht, wie Exodus funktioniert. Jedenfalls, Litecoin war ja kurze Zeit nicht verfügbar. Aber ist ja auch egal, ich habe es nachgeholt und ihr seht auch wirklich, ich mache das mit dem Giveaway. Ich freue mich über eure Interaktion. Und tausende Abonnenten, what the fuck? Das ging so schnell. Das ging so schnell. Ich hatte nicht mal Zeit, nachzudenken und zu sagen, Dankeschön. Also danke, 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 dass wir jetzt bei 1000 angekommen sind. Das ging echt schnell. Angenehm schnell. Wahrscheinlich auch zum Teil, weil eben plötzlich das Thema Kryptowährungen so durch die Decke geschossen ist. Coole Sache. Und fangen wir an mit Stellar Lumens endlich. Ich rede und rede und rede und du willst nur wissen, was Stellar Lumens ist. Stellar Lumen ist eine Open Source Infrastruktur für verteilte Zahlungen. Es verbindet Menschen, Zahlungssysteme und Banken. integrieren sie mit Stellar, integrieren sie Stellar, um Geld schnell zuverlässig und für einen Bruchteil eines Cents zu bewegen. Wie ihr wisst, hat jede Transaktion Transaktionskosten, sei es die nun eine Zeiteinheit oder eine fiskale Einheit oder eben Teil von dem, was du bezahlst. Im Fall von Bitcoin zahlst du einen Anteil an einer Transaktion als Gebühr. Die ist zur Zeit unverschämt hoch. Deshalb mache ich hier auch das Giveaway in Litecoins. Und das Besondere an Stellar Lumens ist, dass diese Transaktionsgebühr fast nicht existent ist. Das Einzige, wo es wirklich überhaupt nicht existent ist, ist ja IOTA. IOTA, das feiert ihr ja so richtig. Aber bei Stellar ist die Transaktionsgebühr so gering, dass sie eigentlich nicht der Erwähnung wert ist. Aber darüber reden wir gleich. So, Remittances, Überweisungen. Geld schnell über die Grenzen senden für einen Bruchteil eines Cents ermöglicht dir kostengünstige Zahlungen zwischen verschiedenen Währungen. Hm, cool. Micropayments. Erhöhen Sie die Effizienz und senken Sie die Kosten für kleinere Transfers. Bieten Sie Ihren Kunden zusätzliche Zahlungsoptionen an. Also, es muss noch gesagt werden, dass viele Leute unterscheiden, die Funktion von Ripple und Stellar Lumens nicht so gut. Meine Auffassung ist, dass sich Ripple eher an große finanzielle Institute wie Banken, Versicherungen, Rückversicherungen und so weiter richten. Und Stellar Lumens ist eher für den kleinen Mann in Anführungszeichen. Deshalb auch mobile Zweige, beziehungsweise ja, mobile Zweige. Holen Sie sich einen Agenturbanking-Vorteil mit mobilen Niederlassungen. Erweitern Sie Ihren Einzelhandelsbetrieb ohne die Gemeinkosten. Also, ich weiß jetzt nicht, ob das irgendwie so ein Eiswagen ist, der jetzt so rumfährt. Oder ob es einfach nur durch den Wagen symbolisiert wird. Aber wahrscheinlich für Leute, die viel unterwegs sind und einfach nur eine zentrale Zahlungsmethode haben möchten. Mobiles Geld. Machen Sie mobile Geldplattformen interoperabel. Lassen Sie Ihre Kunden MM an Empfänger mit unterschiedlichen Anbietern senden. Kleiner Tipp, Stellar Lumens. Wenn man schon Sachen abkürzt, dann könnte man dahinter in der Klammer die Abkürzung erklären. Aber in diesem Fall ist ja MM einfach Mobile Money. Deshalb noch Glück gehabt. Dienstleistungen für die Unterbank. Stellar senkt Kosten, sodass Sie neue Kunden gewinnen können. Erreichen Sie die Basis der Pyramide mit Low-Cost-Konten, Darlehen und Microsavings. Also, wie ich vorhin gesagt habe, richtet sich ja Ripple an große Finanzinstitute wie Banken etc. Stellar Lumens ist eher für den unteren Teil der Pyramide. Vor allem für Entwicklungsländer sehr interessant. Wie ich bereits in einem anderen Video gesagt habe, gibt es derzeit sehr viel Know-how in Entwicklungsländern. Und vor allem, wenn es um die Bevölkerung geht, werden wir sehen, dass Entwicklungsländer uns von der Population her eines Tages... Ja, sowieso viele Entwicklungsländer haben uns von der Population her schon bei Weitem übertroffen. Aber auch da steckt Know-how drin. Es gibt einfach nur viel mehr intelligente Köpfe in Indien als in Deutschland. Allein schon von der Zahl her ist das so. Und es ist auch wichtig, also wenn man langfristig denkt, dann müssen auch die mit Anschluss an das Finanzsystem versorgt werden. Und da ist Ripple auf jeden Fall so eine wegweisende Idee, um eben den Bewohnern von diesem Teil der Erde dieses Privileg, was kein Privileg sein sollte, zukommen zu lassen. Also, ich habe ja gesagt, dass wenn man irgendwo investiert, dann investiert man ja auch in die Idee. Das bedeutet, wenn du daran glaubst, dass Stellar Lumens sozusagen gute Arbeit leistet und du auch möchtest, dass in nicht so privilegierten Teilen der Erde Finanztransaktionen möglich sein werden, dann ist zum Beispiel das Investieren in Stellar interessant. In Afrika zum Beispiel wird viel Geld über Handys verschickt. Woher ich das weiß? Ich habe einige Freunde, die aus Westafrika sind. Und wie du auch sehen kannst, also Stellar, wie ich eben angesprochen habe, bedient hier eher die untere Pyramide von der Finanz... Also, hier sieht man keine gigantischen Finanzbanken. Hier sieht man jetzt nicht Santander, wie zum Beispiel bei Ripple. Also, viele Singapur ist jetzt... Okay, Singapur ist nicht eher unten, aber zum Beispiel Nigeria, Sierra Leone und so weiter. Also, vor allem wenn man bedenkt, dass Nigeria doppelt so viele Einwohner hat wie Deutschland, dann ist da ein gigantisch großer Markt, der da steckt. In Afrika generell in riesen vorkommenden Erdschätzen und die wollen natürlich auch mitmachen bei der Blockchain-Technologie. Und Stellar könnte einen interessanten Einstieg für sie bieten. Bei Stellar sollte man vielleicht erwähnen, dass im Gegensatz zu anderen Kryptowährungen basiert Stellar nicht auf der Blockchain. Es ist ein Protokoll, wieder mal ähnlich wie Ripple. Und außerdem ist es nicht ganz dezentralisiert, denn Stellar hat einen Governance, also eine obere Hierarchie-Ebene, die sozusagen den Kurs angibt. Und ich übersetze mal einfach nur kurz den Text. Alle Mitglieder von Stellar.org wurden zum Zeitpunkt der Gründung ausgewählt. Die Mitglieder sind lebenslang da und verantwortlich für die Wahl des Verwaltungsrats. Die SDF-Mitglieder, ich weiß jetzt nicht, wofür SDF steht, um ehrlich zu sein, das hätte man auch irgendwo abküssen können, erklären können, sind Patrick Hollinson, David Meziers, Masiers und Jed McCaleb. Diese zwei Namen sagen mir persönlich nichts, aber Jed McCaleb muss einem eigentlich in der Kryptowelt ein Begriff sein. Es ist der Herr, der Mt. Gox gemacht hat und ich glaube dann kurz bevor Mt. Gox der pleite gegangen ist, ausgestiegen ist. Und außerdem war er auch in der Ripple, maßgeblich an Ripple beteiligt und jetzt eben bei Stellar, also definitiv ein riesen Star in ihrem Team, Stellar. Jedes Mitglied ist lebenslang da oder bis es handlungsunfähig wird oder eine Nachfolge bestellt wird oder zurücktritt. Mitglieder von Stellar.org unterscheiden sich von Direktoren. Ein Mitglied kann auch ein Direktor sein und umgekehrt, aber der Vorstand und die Mitglieder sind völlig getrennte Gremien in Bezug auf die SDF-Governance. Jetzt fällt mir jetzt der Begriff für Governance nicht ein, aber ist auch nicht so wichtig. Also hier kannst du sehen, der Jed McCaleb, Founder of Stellar Development Foundation, has created, also er war bei Mt. Gox dabei und danach bei Ripple. Ansonsten vom Team her ist niemanden ins Auge gesprungen. Partner habe ich bereits erwähnt, also wie du sehen kannst, nicht unbedingt die klassischen Länder dabei, die man sonst immer sieht bei Kryptowertungen. Wir haben hier Nigeria, Indien, Sierra Leone, Uganda. Also dort ist ein Riesenmarkt vorhanden von Leuten, die einfach nur auch Geld verschicken müssen, vielleicht aus irgendwelchen anderen Teilen der Welt kommen, dort arbeiten und einfach nur günstig Geld verschicken wollen. Die werden mit Stellar Lumens angesprochen. Und was an Stellar Lumens so toll ist, ist hier, also hier sieht man den Jed McCaleb. Und das Krasse ist an Stellar Lumens, dass jede Transaktion 100 Stroops bzw. 0,00001 Lumens benötigt. Und wie wir ja wissen, ist ein Lumen derzeit, wie viel ist ein Lumen, das hätte ich jetzt vielleicht offen lassen sollen. Also ein Lumen ist derzeit 9 Cent, also das bedeutet, du zahlst den Bruchteil eines Bruchteils, 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 eines Bruchteils einer Transaktion, eines Cent. Um eine Transaktion durchzuführen, was ein gigantisch großer Vorteil ist. Also eigentlich ist es umsonst, nicht ganz so umsonst wie in IOTA, aber auch, nehmen wir mal an, auch wenn die Transaktionsgebühr verdoppelt oder vervielfacht wird, dann bleibt es immer noch sehr günstig. Und Stellar Lumens ist plötzlich durch die Decke gegangen. Wenn ich gucken will, was da passiert, dann schaue ich einfach immer in die News rein. Also der Grund, warum Stellar Lumens vor kurzem so durch die Decke gegangen ist, ist, weil Satoshi Pay, eine Firma, die sich auf Nano-Transaktionen, Mikro-Transaktionen spezialisiert hat, angekündigt hat, Stellar Lumens dafür künftig benutzen zu, einfach nur dafür zu benutzen. Grund dafür ist wahrscheinlich natürlich unter anderem auch die niedrige Transaktionsgebühr, was Stellar Lumens natürlich richtig lecker macht. Und wer hier eingestiegen ist, hat einen richtig harten Krypto-Ständer bei Stellar Lumens, eine Verneuenfachung von seinem Vermögen kann man hier sehen. Und tatsächlich auch in, man sieht, dass 77% Stellar Lumens zugenommen hat in den letzten 7 Tagen. Jetzt bin ich auch gespannt, was sind in 30 Tagen 70% in den letzten 7 Tagen 77% und ein Return of Vermögen von 3.000. Also Stellar Lumens ist auf jeden Fall eine geile Anlage. Langfristig denke ich auch. Ich würde jetzt eine Korrektur abwarten, bevor ich investiere, vielleicht nicht ganz die FOMO kaufen. Aber Stellar Lumens ist für mich langfristig interessant. Aber das ist nur meine subjektive Meinung. Ich bin kein Finanzberater und mache deine eigene Recherche, bevor du irgendwo investierst. Und ich hoffe, dieses Video hat dir über Stellar Lumens gefallen, dir ein bisschen einen Einblick da reingewehrt. Wenn es dir gefallen hat, lass ein Like da, kommentiere unten drunter, denn dann hast du die Chance, einmal pro Woche Litecoin zu gewinnen. Also hinterlasse deine Litecoin-Adresse. Check meine anderen Videos aus, abonniere meinen Kanal, wenn du mehr sehen möchtest. Und wenn du nicht genug für meine Face bekommst, dann werde Teil der Notification Gang und klicke auf die Glocke unter dem Video. Und du wirst jedes Mal, wenn ich ein Video hochlade, eine Benachrichtigung bekommen. Und das ist toll. Ich wünsche dir viel Erfolg und viel Gesundheit. Und hoffe, wir sehen uns bald wieder. Tschüss. Tschüss.